so servus leute was geht ich bin es wieder euer leon elektronik mit einem neuen video für euch wo befinde ich mich gerade ich befinde mich in erlangen und hinter mir ist das frühlingsfest in erlangen und da schauen wir uns heute mal um der autoscooter ist doch mit einem niedelnagelneuen hänger der sticht richtig schön raus den schauen wir uns noch genauer an jetzt würde ich sagen wir starten einfach mal eine runde um den platz dann starten wir hier mit dem babyflug vom jäckel dann haben wir hier die berghütten ist zwar ein etwas kleineres fest aber trotzdem richtig schön die kleinen feste sind auch was wert da haben wir schiffschaukel für kinder die schöne schiffschaukel genau dann so und dann sind wir am ziel autoscooter der autoscooter vom kunstmann da ist der neue der neue anhänger vom autoscooter der nagelneue der schaut doch wunderschön aus oder der sticht richtig hervor der sticht richtig hervor nagelneue war eine riesen anschaffung habe schon mit dem geredet war echt daher das ding schaut richtig schön aus so sieht der hänger aus der neue so sieht das neue ding aus toll oder einfach top tolles teil echt geiles teil ein wahnsinn ein wahnsinn da sieht man es nochmal das gode so dann gehen wir wieder außen rum hier noch einmal genau hier noch einmal genau kunstmann der autoscooter von kunstmann ist da schaut doch schön aus schönes teil der neue hänger so laufen wir wieder davor ja dann jagdhölte machen wir weiter dann laufen wir noch davor alles noch ein bisschen eng so den können sie auch noch genau dann geht es hier weiter noch so ein stand hier grillhütte genau genau so leute das war ein kleiner rundgang vom erlager frühlingsfest größer ist es nicht und ich freue mich schon wenn es los geht das wird klasse und dann bin ich gespannt was sich dann hier noch so tut in diesem sinne freue ich mich schon auf den autoscooter muss ich auch noch mal lob aussprechen der hänger schaut echt klasse aus der sticht so richtig schön her der ist einfach toll ich freue mich schon wenn es los geht und dann losgefahren wird mit dem autoscooter beim kunstmann in erlangen da müsst ihr hin da ist schön also in diesem sinne passt auf euch auf und wir sehen uns wieder wenn es los geht mit die feste sei es nürnberg erlangen überall sehen wir uns und dann geht es los macht es gut bis bald und dann geht es und dann geht es und dann geht es